So, da bin ich wieder. Ich habe die Maus wieder im Game. Ich muss das Spiel erstatten. Und der Martin, der ist gerade nicht im TS. Wir sind ja ins TS gewechselt. Aber der hat ja Probleme mit dem anderen. Ich hoffe, das legt sich dann wieder. Ich kann nicht verstehen, wie man keinen LAN-Kabel haben kann. Schreibt man in die Kommentare, ob ihr LAN-Kabel oder WLAN habt. Aber ich finde das schon groß, sich mit dem Handy ins WLAN zu gehen. Ich habe jetzt am liebsten nicht auch einen LAN-Kabel. Ganz ehrlich, ich werde mir auch wahrscheinlich für die PS3 einen LAN-Kabel. Ich habe gesagt, ich werde doch holen. Na gut, ich werde mal Jobs und so. Hat man unten auch direkt viel mehr Gebäude. So, ich werde die Ansicht so. Dumm, dumm. Die Kultner. Was würde ich bauen? Genau, genau. Nee, ich werde was die rumhauen. Hier kommt dann das in die Gelände hin. Du, 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 du. Die sich alle fuhren. Oh, ja, ein Droh. Irgendwer geht mir das auf den Sack. Wasser. Wasser. Was haben die denn für einen Wasserverschleiß? Das wird dann noch eins. Dann soll ich das reichen. LOL. Tatenkater mal eben weg. Ah, ein bisschen habe ich wieder plus. Kann ich jetzt ein glückeres Handy gucken, was er geschrieben hat? Nein, das war die TSIP. Warte mal kurz. So, da sind auch wir wieder. Huch. So. Was liegt an schief? Oh, stellen sie einen Park auf. Alles klar, Kollege. Für die Mittlere. Oh, das muss man nicht so sein. Das ist ein paar T-Wert. Sechs mit Ziff. Da, da, da. Da freuen sie sich alle. User joined your channel. Ne? Hallo? Mach dich mal bitte lauter, du bist arschleiße bei mir. So, besser? Ein bisschen, ja. Aber ich glaube, dass das Spiel noch unter Aufnahme zu laut, äh, lauter als du bist. Das Spiel ist schon arschleißer. Oh. Ach, Mensch, ich mache mir das jetzt leid, lauter. Mach mal. Leute, die Hochhäuser sind höher als mein schönes Edifiquio Copan. Ich habe aufgehört. Ich habe keine Angst, du nimmst noch weiter auf. Ja, denn ich habe keinen Bock aufzuhören. Das ist wie eine Sucht bei mir gerade. Ja, manche Spiele habe ich auch gesüchtet, denn... Irgendwann hat man dann, wenn man zu viel gezockt hat, das Spiel hat man dann auch keine Lust mehr. Jetzt sage ich mal, am Anfang bis er bei fast sie im Spiel ist man das... Die Kackbündow-Taste, jetzt muss ich, äh, wieder F10 drücken und kommen die Wohngebietskarte. Ach. Die hat mich natürlich keinen interessiert. Die meckern rum, weil die Grundstückspreise zu, äh, niedrig sind. Ja. Das ist voll unnogisch. Ne, irgendwie nicht. Wohl haben sie wollen nicht dafür ausgeben, wo sie wohnen. Die wollen was Besseres sein. Wollte auch lieber, äh, wenn ich reich wäre, mehr für eine Wohnung bezahlen als wenig. Ach, naja, ich weiß nicht. Muss ich ja nicht unbedingt sein. Auf dem Geld ausgeben. Na doll. Da habe ich meine Feuerwehr ausgebaut, Junge. Ich habe 65.000 Einwohner, ich kann bald nächstes Upgrade machen. Ich bin mit Level 5 im Brathaus. Und schon mit Upgrade von der Villa, des Bürgermeisters. Frag mich, wie man... Es ist bloß echt so viel... Wie man so viel, ähm, Einwohner in kurzer Zeit bekommt, ey. Tja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall funktioniert's. Noch nie geschafft, ey. Ich ehrlich gesagt, auch nicht. So komisch. Aber es funktioniert bei dir. Mhm. Der Vorteil. Ich mach 8.000 plus, da kann ich ja die Steuern sinken. Höh, du Meckern, die reichen auch wiederum. Erheb, setz dich Steuern hoch. Äh, äh, daran nöhen sie eigentlich nicht. Nur an den, äh, Grundstückspreisen, dass du mehr Pax aufbauen sollst, oder dich mehr am Starter sporen sollst, so ein Gramm. Mein ich halt damit. Damit es bei den schönen aussieht in der Umgebung. So, bald kann ich auch die Universität bauen. Obwohl, mal... Bis jetzt funktioniert mein WLAN wieder, man merkt's. Ah, ich empfiehle dir trotzdem mein Larenkabel. Der ist richtig grausig bei dir zur Zeit. War sonst nie so extrem, ich verstehe das selbst nicht, aber... Naja, was soll's. Man kann ja auch nicht alles verstehen. Na, ich hab WLAN... Ich hab mir die Poste gepostet, aber hier nicht. Ach, das ist das Leben. Bin ich den Post nicht mehr, ach man. Wollt mal auf Steam. Ah, das wollte ich. Hier seh ich mir das in Ruhe durch. Allgemein, zehn Schritte zum Erfolg werden. Zehn Schritte zum Let's Player Star. Mal gucken, was da steht. Aber vielleicht nur Kram... Äh, Dünnschüs, den eh schon jeder kennt. Ja... Ich hab mir abgeholt für die Villa. Kein einziger Best Team Online, was für ein Mist. Ah, voll die Homos. Aber das haben doch erst halb sieben an Bord. Ne, fast siebener. Ich kann die Fachhochschule bauen, wenn ich lustig bin. Soll, der Download ist abgeschlossen. Oh. Uh, ich hab jetzt 21 Spiele bei Steam. Ich möchte gar nicht sagen, wie viel ich hab in Steam und Overwatch schon. Ich tue es trotzdem. 107 in Steam und 38 in U-Routine. Ey, was ist denn eine Menge? Weißt du, warum? Nö. Ich spiele einfach gerne. Und die ganzen Spiele, ich hab, spielen euch mal alle. Okay, ich hab auch nicht alle gespielt, bis jetzt sicher. Sympathie wird 74%. Ja, was ist denn... Wir brauchen Strom. Die nehmen wegen Strom rum. Ne. Ich hab'n... Aber wahrscheinlich wegen dem Müll. Und die Arbeit noch schon auf Hochtun. Geschlossen, wir brauchen Strom. Oh, oh, oh. Kein Strom mehr verkaufen. Bei mir kannst du übrigens in der nächsten Zeit keinen Strom mehr kaufen. Ich brauch den gerade zu Hause. Oh, was ist das auch Stromproblem, ich weiß. Du hast nämlich bei dem großen Casino vor allem gebraucht. Ich hab noch kein Casino gebaut. Aber ich baue jetzt erstmal ganz viele Solaranlagen. Ich hab was gehört. Ja, ich mein, das ist ein großer Haus da. Wie heißt das Hotel da? Auffבר vakof clone. Du hast eine unemployed emerged. Du bist ein bisschen gratulierbar, als du anz asegurrezigst. Ich wünschte, er hat das Teil von Axol. Ich hoffe, es war dabei ein bisschen kosmogal, wenn der Kraner war. so haben sie alle gebäude mit wasser das sind so weit zu Industriegebiet jammern um Wasser manchen so ein heftiges und und du kennst doch die im Sicherheitsdinger Dana und sich jetzt nur also er hat und ich bin also dass die Spiele zum Beispiel Ovid Jens man über 18 ist damit man es kaufen kann und sohne das total ist total sinnlos ganz herrliche kann doch einfach ist ein anderer Seite angehen also ich hab grad ganz kurz von der Strom gekauft wegen der Einmuss und ich machen muss was hat die nicht akzeptiert die blöde Tussi ich kaufe mal so lange bei der Strom ein bis die das akzeptiert die Hure na Großprojekt hat nur Zeit zu mir kommt keine Einwohner mehr die Hürde sind sich hochräusern und ich brauche mein Haus das ist ja immer ganz normal und ich hätte alles wieder abreißen können deswegen sind die wahrscheinlich auch so stinkig alle die Login auch so es funktioniert doch ach ja ich dessen so Meine Stadt hat ja nicht sehr viele Einwohner gehabt. Nein. Ach. Deutsch. Ich geh aufwärts. Ach, die Endrohre, das geht mir so auf und Sack, ich hab schon so viele gebaut. Eine Stille. Nein, das ist nicht das, worüber ich nachdenke. So, ich baue jetzt eine allgemeine Fachhochschule. So weit bist du schon, ey. Ja, ich kann auch bald Uni bauen. Fällt mir nicht fort. Alter Schwede. Oh, da kann ich nicht mithalten. Ich hab's noch nicht immer an der Schule. Ach, guck mal. Warum ist das geschlossen? Wir stellen neue Leute ein. Wollte der Bürgermeister gefeuert hat? Ach, hier, bei der Arbeit. Wunderbar. So, Frieden hat nur 75. Hatte er gesagt? Hier gibt es nicht genug, Möglichkeiten einzukaufen. Hören Sie bitte die Grundstückspresse an. Wir lassen diese Gebäude. Da steckt man mehr ein. Wow, hier ist noch jemand anders auf dem TSL. Zehn Stunden? Ja. Irgendwie Langeweile? Nee, der wohnt hier. Geh, geh doch mal rein. Nein, ich hab mir nicht so viel. Der wurde dir nicht antworten, der wurde im Bett sein im Pen. Ja. Wieso? Alter, wie teuer ist denn die Xbox? Äh, mal gucken. Das können sie nämlich nicht mehr sein. El... El Turco oder Ali. Ja, das können sie tatsächlich daten sein. Alter, wie toll ist denn die Xbox One? Xbox One Premium Band in Fliesel Call of Duty Ghost? Kostet bei Amazon 529 Euro. Na, Standard. 499... Bleh. 499 kostet's... Allein nur die Konsole, das ist doch... Wurr ist das doch. Aber, ähm, ich find die... Artenkonsolen eh geiler. Ah, ich hab ne Xbox 360, also was reicht mir. Ich hab ne PS3. Doch der spiel ich so gut. Der spiel ich eh nicht. Wobei ich den Xbox 360 gar nicht mehr finde. Wo kann ich denn hier diese Metermarkting bauen? Ach, wahrscheinlich hier bei... Na, Kultur, oder? Äh, bei Handel? Nö, wohl. Im Casino werde ich immer aufstellen. Ähm, ja... Ähm, ja... Etat muss... 7 Uhr. Ja, fast. So, erstmal fett Casino gemacht hier. Also, ich glaub, ich nehm auch heute nicht mehr... Also, jetzt nicht mehr auf. Ah, da keine Trümmer nix mehr. Meine Stadt ist total friedlich. Ich krieg mir hier so viele Einwohner... Aber ich will, wie das geht. Keine Hochwasser mehr brauchen wollen die Säcke. Vielleicht will ich doch mal mit den Steuern runtergehen. Dann mach ich auch nur 5000 plus. Spannereif. Ich mach nicht genügend zum Party. Ich muss ja 80 machen, stimmt. Wer ist denn dieses Gebäude? Es sterbt nur mehr. Einfach schrecklich. Man muss was im Krankenhaus verändern, wie sich das anhört. Was macht man jetzt? Ich trage mich, wieso er die ganze Zeit auf dem Server ist. Naja, da wohnen wir gesagt hier. Als ich ein TS hatte, war ich auch den ganzen Tag hier drauf. Obwohl ich nicht gepennt hab. Ja, und auch mal. Was halt. Vier Tote pro Tag, die regen sich auf, dass hier so viele sterben. In New York sterben doch viel mehr am Tag. Soll ich nicht aufregen hier. Nach meinem Maus ist wieder verschwunden, ich muss das Spiel neu starten. Bis gleich, Leute. Das ist voll homo. So, Leute, da ihr ja nix verpassen sollt, nehme ich jetzt nur noch mal kurz auf, während er, äh, da man den schon, äh, ins Bettchen ist, um sieben, werde ich hier noch vorgezogen. Wenn ich euch, wenn ich das, was ich gerade machen will, hier noch schnell gemacht hab, was auch gut mal ne Stunde dauern könnte, weil ich natürlich nicht weiß, was ich machen will. Ich will einfach nur hier auf der Map noch spielen. Leider ohnehin, aber das macht ja nix. Und die Stadt ein bisschen wachsen lassen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Einwohner. Sonst wird es eng hier. Ich weiß sowieso gar nicht, wo ich die Uni hinbauen will. Ich glaube, die packe ich dann hier so. Na, packen wir es raus. Na, da. Ähm, oder hier. Direkt neben das Gemü. Könnte man natürlich auch machen. Ich beschließe aber erstmal hier meine Schritte abzugleichen. Da kann ich nämlich auch hier. Ja, wobei. Na, ganz eben. Nur um ganz flott ein bisschen Kohle zu machen. Alter, Fähne. So zwei, drei Ingame-Stunden das mal kurz halten. Der begann tit'ne Uni. Ja. 12.000 kriege ich dafür. Komm mal, nice. Warte, ich kriege dazu noch 10 Euro an. So. Schulen und die Universität. Oder ich brauche die Uni. Ja, da hin. So. Oh, nein. Kostet 40.000. Kann ich mir nicht leisten. So, die Bildung durfte eigentlich ziemlich hoch sein. Ja. Ich komme mal jetzt zu mir. Was will der? Das große Tor. Hab doch ne Macke. Wo soll ich ein Brandenburger Tor hier hinstellen? Das hat er direkt mal abgefallen. Das Krankenhaus sollte ich mich kümmern noch. Zwei Tote pro Tag. Die finden es heiß. Die haben uns gefallen die hohen Steuern, nicht? Das war wahrscheinlich auch das davor gemeint. Mach mir das mit 10% ab oder lasst mich in Ruhe? Und lasst mich in Ruhe, wollte ich sagen. Ach komm, hier. Ich kann es mir leisten. So. Wisst ihr es? Alter, darf ich an Gesundheit rausgeben? 3.000. So, Mille, hoch. Was ist das noch nicht? Oh, meine Maus ist wieder weg. Oh, Mille. Ja gut. Was dann auch erstmal? Wir sehen uns demnächst bei. SimCity Cheers.